Bundesautobahn 43 Die Bundesautobahn 43, BAP 43 oder A43, führt von Münster, mit Anschluss an der A1, in Nord-Südrichtung bis nach Wuppertal. Dabei hat sie unterwegs zahlreiche Kreuzungen mit querverlaufenden Autobahnen. Markante Orte an der 95 km langen Strecke sind außerdem Recklinghausen, Bochum und Witten. Hintergrund der A43 ist eine Entlastungsautobahn für der A1, die weiter östlich ins Ruhrgebiet führt. Sie ist inzwischen weit über 30 Jahre alt, der letzte Abschnitt zwischen Nordtuln und Haltern-Lawesum wurde 1981 geschlossen, und muss den aktuellen Verkehrsverhältnissen teilweise noch angepasst werden, sodass einige Abschnitte saniert werden bzw. schon saniert wurden. Insbesondere die Anbindung an der A1 bei Münster-Süd wurde ab 2008 so umgebaut, dass man jetzt schnell und zweispurig in Richtung Norden die Autobahn wechseln kann. Regionen Die Bundesautobahn 43 beginnt im Süden der Stadt Münster und führt auf der Fahrt in Richtung Süden durch das Münsterland, den Naturpark Hohemark, das mittlere Ruhrgebiet und die Ausläufer des Sauerlandes bis zum Bergischen Land bei Wuppertal. Besonderheiten Früher hätte man auf der Autobahn zwischen Senden und Dülmen landen können, doch heute ist der Behelfsflugplatz für den Verteidigungsfall zurückgebaut. Relativ viele U-Tafeln, Unterrichtungstafeln in typischem Braun, sind auf der doch kurzen Autobahn angebracht. Verkehr im Ruhrgebiet ist die Autobahn sehr schauanfällig, insbesondere im Abschnitt zwischen Recklinghausen und Bochum. Hier gibt es eine verkehrsabhängige Zufußregelung nur ein Auto bei Rot an den sogenannten Pförtnerampeln der Autobahnauffahrten und entsprechende Geschwindigkeitsregelungen. Seit 2016 wird nun die Autobahn zwischen Recklinghausen und Bochum abschnittsweise auf sechs Spuren erweitert, die damit zusammenhängenden Baustellen sorgen für zusätzliche Verkehrsumleitungen und Probleme. Das Ruhrgebiet hat seit 2012 eine einheitliche Umweltzone, von der die Autobahnen als Transitstraßen ausgenommen sind. Sobald man allerdings abfährt gelten diese, sich immer weiter verschärfenden Bestimmungen. Seit dem 1. Januar 2012 dürfen nur noch Autos mit Plaketten in die Zone fahren, seit Anfang 2013 nur noch solche mit gelber oder grüner Plakette und ab Juli 2014 werden nur noch die mit grünen Plaketten zugelassen sein. Die gesamte Autobahn liegt in Nordrhein-Westfalen und wird daher von Straßen Nordrhein-Westfalen betreut. Allgemeine Informationen zur Autobahn gibt es auf der Seite zu A43, Informationen zu Baustellen auf den Service-Seiten. Aktuelle Stauinformationen können auch über den regionalen Radiosender WDR empfangen oder im Internet abgerufen werden. Für den Bereich im Ruhrgebiet gibt es auch eine sehr gut funktionierende Stauprognose, 30 Minuten und 60 Minuten. Zwischen Nordtulln und Münster-Süd und von Sprockhövel in Richtung Süden wirkt eine Verkehrsbeeinflussungsanlage. Streckenverlauf im Umkreis von wenigen Kilometern um die Ausfahrten gibt es oft Gaststätten, Hotels, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und andere Dinge, die es lohnen von der Autobahn abzufahren. Die Beschreibung der Strecke erfolgt von Nord nach Süd, Fahrtrichtung Süden gleich, die Kilometerwerte, nur ungefähre Angaben, richten sich nach der offiziellen Angabe von Süd nach Nord, die Regionen sind nicht exakt verortet. Münsterland Das Münsterland ist eine stark landwirtschaftlich genutzte Region, die mit ihren Schlössern und Burgen auch historisch viel zu bieten hat. Radfahren wird sowohl traditionell als auch touristisch hoch geschätzt, aber auch die Wasserwege sind bemerkenswert. Die soliden mittelständischen Betriebe sorgen für eine gesunde Wirtschaft mit relativ geringer Arbeitslosigkeit. Münster ist die namensgebende Großstadt im Zentrum. KM 95,5, Münster, sind Pipe-Symbol de Pipe-Symbol B Pipe-Symbol 51, Auffahrt von der B 51, Südaustring um Münster, kommt aus Delgte, oder der Weseler Straße B 216, kommt aus der Innenstadt. An der Weseler Straße, Nummer 401, befindet sich ein kostenloser P- und R-Packplatz mit 65 Stellplätzen. Die Stadtbuslinien 15 und 16 fahren in dichter Taktfolge in die Altstadt, außerdem noch der Einsatzwagen E 84 und der Nachtbus N 84. KM 91,6, A-Kreuz-Pipe-Symbol Kreuz Münster Süd, sind Pipe-Symbol de Pipe-Symbol A Pipe-Symbol 1, Abfahrten auf die Autobahn 1 in die Richtungen Norden, Osnabrück, Bremen, Hamburg, Lübeck bis zur Insel Fehmarn und in Richtung Süden, Dortmund, Wuppertal, Kölner Ring, Moseltal bis ins Saarland. Das ursprünglich als Kleblatt-Gebaute ist inzwischen durch einen Überwurf von der A 43 in Richtung Norden auf der A 1 an die gestiegenen Verkehrszahlen, ca. 60.000 Fahrzeuge pro Tag, angepasst worden. Allerdings kann man es daher nicht mehr zum Wenden benutzen, das betrifft die Fahrtrichtung Münster auf der A 43 und die Fahrtrichtung Süden auf der A 1. Achtung, das Radarwarnschild 80 km pro Stunde in der Abbiegespur auf der A 1 Richtung Norddeutschland steht nicht umsonst da. Entscheidung, die Strecke über der A 43 ist nur 6,4 km länger als die Route über der A 1. Je nach Verkehrslage lohnen sich die eine oder andere Strecke. Ab dem Ruhrgebiet gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten die Entscheidung für eine Autobahn zu widerrufen. KM 88,0 Datei, Pfeil oben.svg Pipe Symbol 15 PX, Münster, Rathaus des Westfälischen Friedens Das Schild zeigt das historische Rathaus in Münster mit dem letzten noch erhaltenen Nebengebäude, dem Stadtweinhaus. Der Westfälische Friede bezieht sich auf die in Münster und Ausnabrück geschlossenen Friedensverträge zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. An der A 1 vor Ausnabrück gibt es auch eine passende U-Tafel für diese Stadt. KM 86,6, SIN Pipe Symbol De Pipe Symbol B Pipe Symbol 235, SIN Pipe Symbol Symbol Pipe Symbol Autohof Die Bundesstraße 235 führt hier zum südlich gelegenen Senden. Im Norden liegen Bösensell und Albachten. Tipp, der liegt nur wenige hundert Meter vom Autohof entfernt, die Züge im eine halbe Stunde Takt fahren die Strecke Münster-Ruhrgebiet. KM 80,8, SIN Pipe Symbol De Pipe Symbol B Pipe Symbol 525, die Bundesstraße 525 führt zum nördlich gelegenen Nordtuln. Südlich liegt Appelhülsen. Das liegt kurz hinter der Abfahrt in Richtung Nordtuln. Dort haben sich inzwischen eine LKW-Tankstelle und ein McDonalds angesiedelt, von einem Autohof kann man aber noch nicht sprechen. Der frühere für den Verteidigungsfall, eine Piste von 2500 Metern Länge, zwischen Nordtuln und Dülmen Nord ist seit 2002 zurückgebaut, er ist nur noch an der schnurgeraden Streckenführung erkennbar. Die Parkplätze in diesem Bereich wurden seitdem deutlich ausgebaut aufgewertet, Lärmschutzwand, mehr LKW-Stellplätze, Beleuchtung, WC. KM 70,2, SIN Pipe Symbol De Pipe Symbol B Pipe Symbol 474, die Abfahrt im Norden von Dülmen war mal als Kleeblatt ausgelegt, führt aber nur in Richtung Süden auf die Bundesstraße 474, nach Seppenrade, Olfen oder Lüdinghausen. Nach wenigen hundert Metern kann von der B 474 nach Dülmen abfahren. Dabei erhascht man einen kurzen Blick auf den überdimensionalen Gekko der Wiesmann-Automanufaktur. Hinter dem Kreisverkehr liegen dann, Achtung, wer wieder auf die Autobahn auffahren will darf nicht im Kreisverkehr zurückfahren, da es dort nur auf die Bundesstraße geht und zwar in der falschen Richtung. Die Autobahnauffahrt liegt etwas weiter nördlich, sie ermöglicht die Auffahrt in beide Fahrtrichtungen. Naturpark Hohemark Die Hohemark erstreckt sich zumeist westlich der Autobahn, Dülmen, Haltern am See, Dorsten, Marl und Olfen liegen hier im Bereich der Strecke. Die vielfältige Landschaft bildet den Übergang zwischen Münsterland, Ruhrgebiet und dem weiter im Westen befindlichen Niederrhein, sie stellt sich entsprechend vielfältig dar. KM 68,1 sind Pipe-Symbol de Pipe-Symbol de Pipe-Symbol 474, die Abfahrt führt auf die Bundesstraße 474, die nach Norden nach Coesfeld führt. Nach Süden führt die Kreisstraße in Dülmen hinein. Direkt an der Abfahrt liegt ein Pendlerparkplatz, ohne Serviceeinrichtungen. Die Autobahn biegt sich jetzt langsam von der Ost-West auf eine Nord-Süd-Richtung. KM 63,5, Datei, Pfeil oben.svg Pipe-Symbol 15px, Münsterland Das Schild weist auf das nahende Münsterland hin. Auf der rechten Seite ist ein Wasserschloss abgebildet, das auf die zahlreichen Schlösser und Burgen im Münsterland verweist. Links ein Solitärbaum, der für die parkähnliche Naturlandschaft steht. KM 59,1, an dieser Abfahrt können mehrere Stadtteile von Haltern am See angefahren werden. Im Sommer, wenn am Wochenende die Sonne scheint kann es schon mal passieren, dass die Ausfahren gesperrt werden, dann ist die Zufahrt zu den Silberseen überlastet. In Richtung Westen geht es durch Lavis um und führt dann nach Ricken. In Richtung Osten geht es nach Süden und später dann nach Olfen. Baggersee mit Naturschwimmbad von Mai bis September, Eintritt 2 Euro pro Fahrzeug und 2 Euro pro Person, außer noch nicht schulpflichtigen Kindern, Duschen, WC, Womo-Stellplätze, Gastronomie-Treibshand. Vorsicht, das Ordnungsamt gegen Stark gegen Falschpacker vor. Das wird vom Dorfverein unterhalten und hat neben den typischen, beheizten Becken auch eine 80 Meter Großrutsche, Ecke Mooskampbringqueck, Tageskarte Erwachsene 4 Euro, Kinder 2,50 Euro, geöffnet von Ende Mai bis September. KM 57,8, Datei, Pfeil unten.svg-Pipe-Symbol-15px, Datei, Pfeil oben.svg-Pipe-Symbol-15px, Die Raststädten bieten auf beiden Seiten der Autobahn jeweils Parkplatz, Tankstelle und Restaurant-Bistro. Sie sind nach dem Naturpark Hohemark benannt, an dem dieser Teil der A43 liegt. KM 57,0, Datei, Pfeil unten.svg-Pipe-Symbol-15px, Römerlagerhaltern der Textfundstelle und Museum weist auf das Römer-Museum in Haltern am See hin, sie nächste Abfahrt. Abgebildet sind ein römischer Legionär zu Pferd mit einer Lanze und im Hintergrund die Zelte des Römerlagers. Diese finden sich auch in den Lichtkuppeln des Museumsgebäudes wieder. KM 56,5, Datei, Pfeil unten.svg-Pipe-Symbol-15px, Metropole Ruhe der Textindustrie-Mittelpunkt-Kultur-Mittelpunkt-Landschaft weist auf das nahende Ruhrgebiet hin. Die abgebildeten Gebäude sind VLNR der Gasometer in Oberhausen, die Zeche Zollverein in Essen und die Westfalenhallen mit dem Florianturm in Dortmund. In der Mitte eine Autobahnbrücke und im Vordergrund der See als Hinweis auf die Ruhrstauseen. KM 53,2, sind Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-58. Auf der Bundesstraße 58 geht es in Richtung Westen nach Dorsten, Schermbeck, Drevenack und Wesel. In Richtung Osten kommt Haltern am See, Achtung stationäre Blitze bei der Ortseinfahrt. Weiter geht es hier nach Lüdinghausen. Auf der westlichen Seite gibt es einen Pendlerparkplatz, ohne Serviceeinrichtungen. KM 51,1, Brücke zwischen Haltern und Marlenort überquert die Autobahn auf einer 400 Metern langen Brücke die Lippe und den Wesel-Datteln-Kanal. KM 49,9, A-Kreuz-Pipe-Symbol-Kreuz-Mahl-Nord, SIN-Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-A-Pipe-Symbol-52. Am geht in Richtung Westen der A 52 ab. Sie führt nach Marl, Gladbeck und als B 224 bis nach Essen. Nach Osten führt eine Landstraße zu den Halterner Stadtteilen Hamborsendorf und Flesheim. Ruhrgebiet Die einstige Bergbau- und Montanregion Ruhrgebiet erlebt seit mehreren Jahrzehnten einen deutlichen Strukturwandel, alte Industriebereiche werden umgenutzt, neue entstehen. Zeugnisse der alten und neuen Zeit begegnen einem auch an der Autobahn. Kurz darauf kommt der Schacht 6. Zeche Auguste Victoria in Sicht, gegenüber liegt die Halde Bringsfortsheide. Nah beieinander folgen die Parkplätze. KM 43,8, die hier als Zubringer dienende L 522 leitet im Osten auf die parallel zur Autobahn verlaufende L 551, frühere B 51, mit Malesinsen nördlich und Recklinghausen südlich der Abfahrt. Westlich verläuft der Zubringer sich im Males-Stadtgebiet mit. Wanderwege durch die Kurthause-Heide und das Naturschutzgebiet die Burg mit überwachsenen Wellen einer ehemaligen Erdburg. Wanderwege durch die Kurthause-Heide und das Naturschutzgebiet die Burg mit überwachsenen Wellen einer ehemaligen Erdburg. Die wird heute als Restaurant und Hotel mit Wellnessbereich genutzt, am Löhemühlenteich kann man aber auch so einfach nett eine Runde spazieren gehen. Die wird heute als Restaurant und Hotel mit Wellnessbereich genutzt, am Löhemühlenteich kann man aber auch so einfach nett eine Runde spazieren gehen. KM 40,0 sind Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-225, die für eine kurze Strecke vierspurig ausgebaute Landstraße 511 führt auf der einen Seite nördlich an Recklinghausen vorbei bis nach Orarkenschwick und Datteln. Auf der anderen, westlichen Seite führt die L511 bis nach Härten-Westerholt und Gelsenkirchen-Bur. Für die Abfahrt auf die Bundesstraße 225 muss man eine kleine Ehrenrunde fahren, erst zwei Kilometer Richtung Osten auf der L511, dann abfahren und die gleiche Strecke parallel zurück auf der Zeppelin-Straße, dann erst abbiegen auf die Bundesstraße. Bei dieser Streckenführung kommt man mehrfach an dem Schacht 7 von General Blumenthal vorbei. Das liegt ca. 6 Kilometer von der Autobahn entfernt, es ist inzwischen ein Hotel, im Nebengebäude sind Restaurant und Café untergebracht, neben dem Landschaftspark wurde ein Golfplatz aufgebaut, siehe auch den Wikipedia-Artikel. Das umgebende alte Dorf Westerholt steht mit seinen Fachwerkhäusern unter Deckmalschutz und ist wirklich schön anzusehen. KM 38,7, sind Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-B-Pipe-Symbol-225, ein Kilometer weiter führt die südliche Ausfahrt direkt auf die B-225, die dann wieder nördlich parallel zurück nach Marl läuft. Hier kann man relativ schnell zur Recklinghäuser Innenstadt, Härtener Straße, östlich, oder zur Härtener Innenstadt, Akkoallee, westlich, fahren. Wichtig, beide Abfahrten, Nord und Süd, verlaufen über dieselbe parallele Abbiegebahn, das heißt wer an der zweiten abfahren will muss sich bereits an der ersten einordnen. KM 35,6, A-Kreuz-Pipe-Symbol-Kreuz-Recklinghausen, sind Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-A-Pipe-Symbol-2, im Quertal A2, sie führt östlich über Dortmund, Kamen, Hamm, Gütersloh, Bielfeld und Porta-Westfalika nach Niedersachsen, Hannover, Sachsen-Anhalt, Magdeburg und Brandenburg bis zum Berliner Ring. Westlich führt die Autobahn 2 durch das nördliche Ruhrgebiet über Härten, Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop bis nach Oberhausen. Die ehemalige Tankstelle Stuckenbusch bzw. Raststädte Hohenhorst im Kreuz existiert seit 2005 nicht mehr, hier gibt es auf der A2 Richtung Oberhausen nur noch einen Parkplatz. KM 34,1, die Theodor-Körner-Straße führt rechts und links ins Recklinghäuser-Stadtgebiet, wobei westlich eine der größten Haldenlandschaften des Ruhrgebiets liegt. Mit dem weithin sichtbaren Horizont-Observatorium und der Sonnenuhr mit Obelisk, aufstieg ca. 100 Höhenmeter-Tilde eine halbe Stunde, auf halber Höhe kann man die Halde auf der Balkon-Promenet umrunden, 6 Kilometer, eben, ca. 1 bis 1,5 h, einfache Park- und Zugangsmöglichkeiten sind. Krangerstraße Richtung Süden, hier befindet sich auch der Stadtteilpark Hochleimark. Krangerstraße Richtung Norden, hier gibt es auch die Gaststätte. Etwas kleiner und ruhiger, oben ein Windrad, Anfahrt schwieriger. Anfahrt über die Hohe Wartstraße, wenig Parkmöglichkeiten. Weiter Anfahrt einmal um die Halden herum bis zur Karl-Bosch-Straße, dort aber viele Parkmöglichkeiten. Die U-Tafel weist auf folgendes Museum hin. KM 32,4, Brücke Die Brücke über Rhein-Herne-Kanal und Emscher ist ca. 350 Meter lang. Westlich ragen die Bauten des Heizkraftwerkes Herne-Bau-Kau hoch, östlich liegt der Hafen von Recklinghausen. KM 32,4, Datei, Pfeil oben.svg-Pib-Symbol 15px, Umspannwerk Recklinghausen Das Schild kurz vor der Kanalbrücke zeigt den markanten Baukörper des Umspannwerkes in Recklinghausen. Nach Modernisierung beheimatet es heute noch zusätzlich ein Strommuseum. Der Schriftzug Industriekultur weist darauf hin, dass das Museum ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur ist. KM 31,2, A-Kreuz-Pib-Symbol-Kreuz-Herne, Sint-Pib-Symbol-De-Pib-Symbol-A-Pib-Symbol-42, im Querti-Park-Autobahn-A-42, sie führt östlich über Kastrop-Rauxel nach Dortmund-Mengede zur A-45. Am 20. westlich geht es wieder quer durch das Ruhrgebiet, es gibt Abfahrten nach Herne, Wanne-Reickel, Gelsenkirchen, Essen, Bottrop, Oberhausen, Duisburg sowie linksrheinisch-Mörse und Kamp-Linkt-Fort. Wichtig, das Kreuz-Herne ist kein Kleeblatt, wenden ist nicht möglich. KM 29,7, Wanne-Reickel war mal eine eigenständige Stadt im Ruhrgebiet bis sie nach Herne eingemeindet wurde. An Eickel erinnert noch diese Abfahrt, sie führt auf die Hosterhauser Straße. Östlich liegen. Westlich liegen. KM 29,5, Datei, Pfeil unten.svg-Pib-Symbol-15px, Deutsches Bergbaumuseum Das Schild zeigt das Bergbaumuseum in Bochum, genauer den Förderturm und die Front des alten Museumsbaus, der schwarze Diamant ist noch nicht berücksichtigt. Der Schriftzug Industriekultur weist darauf hin, dass das Museum ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur ist. KM 27,9, sind Pfeil Symbol de Pfeil Symbol B Pfeil Symbol 51, die Bundesstraße 51 geht nach Süden durch Riemke bis in die Bochumer Innenstadt. Nach Nordosten ist sie zur L551 herabgestuft und führt zurück nach Herne. Tipp, wer auf der A40 Richtung Westen will kann die Abfahrt auch als Abkürzung benutzen. Die B51, Herner Straße, führt nach nur 2,1 km zur Auffahrt Bochum-Zentrum auf der A40, während der Weg über das Kreuz Bochum insgesamt 8,6 km beträgt. Der, ist eine begrünte Schuttdeponie und liegt ca. 2 km von der Abfahrt entfernt. Er bietet ebenfalls eine gute Rundumsicht auf das Ruhrgebiet, ist allerdings nicht so hoch wie Hoheward, nur 40 m über Umgebung, und ist bei Kindern sehr beliebt. Ua weckt es Riesen. Gute Parkmöglichkeiten finden sich. Am Ende der Zillertalstraße, von hier ist der Weg zum Gipfel etwas länger, dafür ist der Parkplatz leerer. Auf der Hildropper Straße. Hier ist der Weg hinauf kürzer und mit einer Treppe versehen, der Parkplatz bekannter und voller. Die U-Tafeln weisen auf das Museum hin, es liegt an der B51 ca. 4 km von der Abfahrt Riemke entfernt. KM 25,7, Datei, Pfeil oben.svg-Pipe Symbol 15px, Deutsches Bergbaumuseum Das Schild zeigt das Bergbaumuseum in Bochum, genauer den Förderturm und die Front des alten Museumsbaus, der schwarze Diamant ist noch nicht berücksichtigt. Der Schriftzug Industriekultur weist darauf hin, dass das Museum ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur ist. KM 25,1, Datei, Pfeil oben.svg-Pipe Symbol 15px, Archäologie-Museum Herne Der LWL Archäologie-Museum in Herne wird anhand zweier Menschenköpfe dargestellt. Rechts ist ein Neandertaler abgebildet, links ein moderner Homo sapiens. Dazwischen zeigen sich die Strukturen des charakteristischen Sheddax vom Museumsgebäude. KM 24,3, Die Abfahrt liegt so nah vor dem Kreuz, dass sie die gleiche Abbiegespur und Nummer hat und bei Rückstau regelmäßig blockiert ist. Sie führt auf die Landstraße 654 Kastropper Hellweg, die Bochum-Nord, Harpen und den Sheffield-Ring verbindet. Letzterer geht als Ring südlich um die ganze Innenstadt von Bochum herum. Direkt an der Abfahrt liegen. KM 23,2, A Kreuz-Pipe Symbol Kreuz Bochum, Sinn-Pipe Symbol der Pipe Symbol A Pipe Symbol 40, am Querte-Ruhr-Schnellweg A 40. Die wichtigste Ost-West-Strecke im Ruhrgebiet, scherzhaft auch Ruhr-Schleichweg genannt, führt im Osten nach Bochum-Wirne, Lütgen-Dortmund und Dortmund mit Anschluss an der A 45. Im Westen geht es über Bochum, Essen, Mülheim, Duisburg bis auf die linke Seite des Rheins nach Mörs, Neukirchenflühen, Kempen und Wachtendonk zum Grenzübergang strahlen, Niederlande. Im Bereich des Ruhrgebiets gibt es pro Stadt immer mehrere Abfahrten. Neben dem Kreuz und aufgrund der Leuchtreklame gut sichtbar befindet sich der, ein Einkaufs- und Freizeitzentrum. Es kann von der A 43 aus erreicht werden, wenn man auf der A 40 Richtung Dortmund abfährt und gar nicht erst die Auffahrtsspur verlässt, sondern sofort die nächste Abfahrt 39 Bochum-Wirne nimmt. Im Ruhrpark gibt es Lebensmittel- und Technik-Supermarkt, eine teilweise überdachte Ladenstraße mit zahlreichen Geschäften, ein Kino-Center, McDonalds und andere Fast-Food-Ketten, kostenfreie Parkplätze sowie eine Tankstelle. Nebenan liegt die Sauna-Wellness-Landschaft Meditämme. Fährt man an der Zufahrt zum Ruhrpark vorbei und ein kurzes Stück weiter auf der Werner Straße kommt man zu den Harpener-Teichen, wo man abseits der Hektik eine gemütliche Runde spazieren kann. Alternativ der Tipp, an der Meditämme parken und von da aus den zwei Kilometern langen Rund weggehen. Achtung, wer in Richtung Norden bei Bochum-Gärte abfahren will muss sich bereits am Kreuz einordnen, da beide die gleiche Abbiegespur nutzen, später kann man nicht mehr rüber wechseln. KM 21,0 Der Gebiet direkt neben der A 43, anzufahren über die Industriestraße. Einer Runde direkt am See entlang beträgt zwei Kilometer. Parkplätze befinden sich im Norden des See, der dortige Sandtumshof ist allerdings seit Ende 2012 geschlossen. KM 19,0 A Kreuz-Pipe-Symbol Kreuz-Bochum-Witten SIN-Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-A-Pipe-Symbol-44 SIN-Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-B-Pipe-Symbol-226 Am Ende quasi der A 44, da sie in Richtung Westen nur noch auf die B 226 nach Bochum, und zum Opelwerk I, ableitet. Auch in Richtung Osten ist sie nur knapp 10 Kilometer lang, aber ein wichtiger Zubringer über Witten zum Autobahndreieck Dortmund-Witten wo es auf der A 45 geht. Wichtig, Kreuz-Bochum-Witten und Abfahrt-Bochum-Querenburg haben eine gemeinsame Abbiegefahrbahn, deswegen tragen sie auch die gleiche Ausfahrtnummer. Will man von Norden bei Querenburg abfahren so muss man bereits vor dem Kreuz-Bochum-Witten die Abbiegefahrbahn benutzen und umgekehrt aus Richtung Süden für die Abfahrt am Kreuz die Abbiegefahrbahn bereits bei Querenburg auf die Abbiegefahrbahn begeben. Achtung, die Abbiegespuren haben durchgezogene Fahrbahnmarkierungen, daher sofort richtig einordnen. KM 18,4 Die Abfahrt führt auf die Universitätsstraße, die, wie der Name schon vermuten lässt, zur Ruhr-Universität Bochum, kurz RUB, führt, wenn man Richtung Westen fährt. Östlich geht es unter der A 44 zurück nach Bochum-Ost. KM 17,5 Datei, Pfeil unten.svg Pipe Symbol 15px Zechenachtigall-Muttental Das Schild weist auf das LWL-Museum Zechenachtigall und das naheliegende Muttental in Witten hin. Das Bild zeigt die Ziegelei mit dem dazugehörenden Schornstein, rechts im Hintergrund sind ein Stolleneingang und Waggons zu sehen. Der Schriftzug Industriekultur weist darauf hin, dass die Zeche ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur ist. Sauerland Das Sauerland schließt sich südlich an das Ruhrgebiet an und war gleichzeitig mit seinen Flussdehlern und nahe an der Oberfläche liegenden Kohle- und Erzvorkommen eine Wiege seiner Industrialisierung. Noch heute schmiegen sich die Städte und Dörfer entlang der Ruhr und ihrer Nebenflüsse, die auch wichtige Verkehrsrouten darstellen. Autobahnen, wie der A 43, überbrücken diese teilweise. KM 15,9 Hin und 1 H zurück, ab. Freilauffläche für Hunde zwischen Ruhr und Mühlengraben. Freilauffläche für Hunde zwischen Ruhr und Mühlengraben. Freilauffläche für Hunde zwischen Ruhr und Mühlengraben. Tipp, wer wissen möchte wie der A 43 von unten ausschaut kann das hier erkunden. Von der Nordseite der Ruhrmündung über Dogi-Island und Mühlengraben bis auf Herbedergebiet führt eine Fußgängerbrücke, die unterhalb der Autobahn aufgehangen ist. Die U-Tafeln weisen auf. Im Muttental, benannt nach dem Muttenbach, gab es sehr frühen Bergbau in Form von Kleinzechen. Erkunden kann man dies über den rund 10 Kilometer langen Bergbau-Wanderweg Muttental. Dieser zeigt nicht nur alle möglichen Zeugnisse dieser Zeit, Mundlöcher, Stollen, Pingen, Fördergerüste, Halden, Verladeanlagen, ein Bethaus und viele andere mehr, mithilfe rekonstruierter Bauten, Werkzeuge und informativer Schautafeln auf sondern ist auch noch landschaftlich interessant und mit mehreren Gasthäusern touristisch gut versorgt. Im Muttental, benannt nach dem Muttenbach, gab es sehr frühen Bergbau in Form von Kleinzechen. Erkunden kann man dies über den rund 10 Kilometer langen Bergbau-Wanderweg Muttental. Dieser zeigt nicht nur alle möglichen Zeugnisse dieser Zeit, Mundlöcher, Stollen, Pingen, Fördergerüste, Halden, Verladeanlagen, ein Bethaus und viele andere mehr, mithilfe rekonstruierter Bauten, Werkzeuge und informativer Schautafeln auf sondern ist auch noch landschaftlich interessant und mit mehreren Gasthäusern touristisch gut versorgt. KM 15,1, Brücke direkt unter dieser Ruhrbrücke mit 510 Metern Länge kann man am Chemnadersee entlang laufen. KM 15,0, Datei, Pfeil unten.svg-Pipe Symbol 15px, Henrichshütte Hier sind die typischen Hochöfen des ehemaligen Hüttenwerks in Hertingen dargestellt, daneben ist die Ruhr angedeutet. Heute ist die Henrichshütte ein Standort des LWL Industriemuseums und ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur. KM 13,7, Datei, Pfeil oben.svg-Pipe Symbol 15px, Zechenachtigall-Muttental Das Schild weist auf das LWL Museum Zechenachtigall und das naheliegende Muttental in Witten hin. Das Bild zeigt die Ziegelei mit dem dazugehörenden Schornstein, rechts im Hintergrund sind ein Stolleneingang und Waggons zu sehen. Der Schriftzug Industriekultur weist darauf hin, dass die Zeche ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur ist. KM 13,0, bis zu dieser Ausfahrt geht es entlang des Chemnadersees, nach der Auffahrt ist man am südlichen Ende angekommen. Die Landstraße 924 Wittnerstraße geht in nordöstlicher Richtung durch Herbede nach Witten und auf der anderen Seite nach Hattingen. Hier ist man schnell am Freizeittreff Herbede, mit 18 Loch Minigolfplatz. Tennisplätze, Beachvolleyballfeld, große Inliner- und Skateranlage. Haus Chemnade mit dem Bauernhausmuseum der Stadt Bochum. KM 12,4, Brücke ca. 300 Meter lange Talbrücke Hammertal. KM 10,5, Datei, Pfeil oben.svg-Pipe Symbol 15px, Henrichshütte Hier sind die typischen Hochöfen des ehemaligen Hüttenwerks in Hattingen dargestellt, daneben ist die Ruhr angedeutet. Heute ist die Henrichshütte ein Standort des LWL Industriemuseums und ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur. KM 10,4, Brücke ca. 300 Meter lange Talbrücke Hammertal. KM 9,0, Datei, Pfeil unten.svg-Pipe Symbol 15px, Historischer Stadtkern Hattingen Der Text Historischer Stadtkern weist auf den gut erhaltenen und mit vielen Fachwerkhäusern gespickten Stadtkern in Hattingen hin. Allerdings ist man an der nächsten Ausfahrt schon ein Stück weg von Hattingen, über Sprockhöfe sind es 10 Kilometer, die Ausfahrt 21 wäre da günstiger gewesen. KM 8,2, Datei, Pfeil unten.svg-Pipe Symbol 15px, nach zwei ca. 300 Meter langen Talbrücken über Blankenstein und Hammertal kommt dieser sehr einfache Parkplatz. Er liegt allerdings deutlich weiter neben der Autobahn als normale Parkplätze und hat eine Menge Grünzeug dazwischen, sodass man hier ein wenig mehr Ruhe vor dem Autobahnlärm genießt. KM 6,1, sind Pipe Symbol de Pipe Symbol B Pipe Symbol 234, die Ausfahrt mündet auf der Querspange, einer Verbindungsstraße zwischen Sprockhöfe, als L 651, und Gewelsberg, als B 234. Auf der A 43 wird ab hier in Richtung Süden eine Verkehrsbeinflussungsanlage betrieben. KM 3,9, Datei, Pfeil oben.svg-Pipe Symbol 15px, historischer Stadtkern Hattingen Der Text historischer Stadtkern weist auf den gut erhaltenen und mit vielen Fachwerkhäusern gespickten Stadtkern in Hattingen hin. KM 2,8, Datei, Pfeil oben.svg-Pipe Symbol 15px, Metropole Ruhe der Textindustrie Mittelpunkt Kultur Mittelpunkt Landschaft weist auf das nahende Ruhrgebiet hin. Die abgebildeten Gebäude sind VLNR der Gasometer in Oberhausen, die Zeche Zollverein in Essen und die Westfalenhalle mit dem Florianturm in Dortmund. In der Mitte eine Autobahnbrücke und im Vordergrund der See als Hinweis auf die Ruhrstauseen. KM 1,6, Brücke ca. 320 Meter lange Talbrücke Paradies Bergisches Land Das Bergische Land ist aus dem Herzogtum Berg hervorgegangen, das sich an den natürlichen Grenzen von Ruhr, Rhein und Sieg orientierte. Allein im Osten war der Übergang zum Sauerland ungenauer. Heutzutage verdanken wir diesem Umstand viele Burgen und sich die Berge hinauf und hinunter Wind in der Straßen. KM 1,3, A-Pipe-Symbol-Kreuz-Wuppertal-Nord, SIN-Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-A-Pipe-Symbol-1, SIN-Pipe-Symbol-De-Pipe-Symbol-A-Pipe-Symbol-46, das ist recht kompliziert. Hier endet der A 43, die Spur geradeaus geht in der A 1 nach Süden über Schwellen, Remscheid nach Leverkusen weiter. Nach Westen schließt sich der A 46 an, sie geht über Wuppertal nach Düsseldorf. Nach Osten gibt es ein sehr kurzes Stück B 236, mit Ampeln, über das man auf der A 1 nach Nordosten nach Gewelsberg, Hagen, Schwerte, Ona, Münster und weiter in den Norden Deutschlands kommt. Sicherheit für Durchreisende ist die Zuflussregelung mit dem Pförtner Ampeln im Ruhrgebiet eventuell ungewohnt und kann zu Auffahrunfällen führen, wenn der Vordermann beim Auffahren plötzlich bremst, um die Ampel zu beachten. Auf den Gefällstrecken in Sauerland und Bergischen Land, Kreuzwuppertal Nord Richtung Norden des Hintersprockhöfel, knallt es immer mal wieder, teilweise wegen zu hoher Geschwindigkeiten der Autofahrer. Die Polizei kontrolliert deswegen dort regelmäßig die Geschwindigkeit bzw. betreibt stationäre Blitzkästen. Das Kreuzwuppertal Nord ist absolut untypisch in seiner Bauweise, inzwischen nicht mehr zeitgemäß und für einen Umbau überfällig. Autofahrer wechseln hier öfter unvorhersehbar die Fahrspuren, weil sie sich vorher falsch eingeordnet haben oder das zumindest glauben. Hier gilt angepasst zu fahren und den Hinweisschildern frühzeitig Beachtung zu schenken bzw. mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer zu rechnen. Auch wenn sie dafür jetzt nicht berühmt sind, so können doch einige der hohen und langen Brückenbauwerke im Winter zur Vereisung neigen. Das fängt mit dem Überwurf bei Münster zur A1 an, geht über die Lippe- und Kanalbrücke bei Halternmal und die Ruhrbrücke am Chemnadersee bei Witten bis hin zu den teilweise im Wald liegenden Brücken im Sauerland. Ausflüge hier schließt sich also der Kreis, wer der A1 meiden wollte und deshalb der A43 gefahren ist kommt hier wieder auf die alte Strecke. Von Münster-Süd bis Wuppertal-Nord ist der A1 auch nur 6,4 Kilometer kürzer.